Was ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Wie ist das hier? Ja, weil das so heißt. Hallo, zeig mal dein Schwert, Alter. Wie heißt du? Niki, doch. Ich dachte Ritter Niki. Was? Siehst du den Ritter Niki? Nein, ich bin Niki. Okay, zeig mal alles, was du hast. Dein Schwert, dein Schild. Scheide, jetzt das Schild. Was ist denn da drauf? Zeig mir das mal. Ja, zeig es mir mal. Halt mal hoch. Nein, das andere. Das andere. Das andere. Ja. Ah, gut. Jetzt komm mit Gebrüll. Was? Okay, du Ritter. Das ist wirklich unheimlich. Leichtes Donnergrollen. Es ist ganz hell geworden. Mit einem roten Stich. Mit einem roten Stich. Mit einem roten Stich. bei einem roten Stich. Was dem einen sind die Träume. Was dem anderen. Gut und leer. Germany after the second one Verschlage became the dominating popular music forum The lyrics were in German but often mixed with non-German words and sung with foreign accents Yes, and it is also arguably the most superficial music ever created on this earth Let's agree to disagree